Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Revolution Online und Ja, wir haben es endlich geschafft Wir haben die Nocturnal Feather, die wir in der letzten Folge verzweifelt gesucht haben Und ich habe herausgefunden, wie man sie kriegt Habe sie trotzdem nicht auf diesem Weg bekommen Und sie mir gekauft und habe nochmal 20.000 oder 20k hingelegt Aber so ist das Leben, Leute Aber ich finde das eigentlich ganz gut, dass man wenigstens die Option hat zu sagen Gut, ich habe gerade relativ viel Money Ist jetzt nicht mehr der Fall, aber war mal Habe jetzt ja 50.000 für den einen Opa gelassen 20.000 für die Nocturnal Feather Und ein anderer wollte sogar 30k haben Ich habe noch versucht zu verhandeln, aber 15k ist er direkt aus dem Chat gegangen Also scheint wohl doch relativ wertvoll zu sein Weil die doch relativ schwer zu finden ist Denn ihr müsst hier in diesem Busch Zwischen der Fahrradstrecke und Celadon City Müsst ihr Ja, wundert euch nicht, dass die Map so komisch ist Ich weiß auch nicht, was das ist Müsst ihr auf jeden Fall ein Pijetto Also ein Tauboga fangen Oder dem irgendwie das Item wegnehmen Wie auch immer man Items wegnimmt Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr es wisst Wie man einem Pokémon Items wegnimmt Auf jeden Fall muss das die Nocturnal Feather haben Und das nachts Tagsüber kommen hier aber auch keine Taubogas Jedenfalls hatte ich keins Und wir haben sie jetzt aber gekauft So, wenn ich es starte About the fact that you wouldn't find here The Farmfly Proof here it is Thank you again for your help And I hope you enjoy I can raise my Again, I will continue sponsoring the subway system Mit my friends Made in town You should go check out the manager So, von tell him I send you You should Wander around the train station Alles klar Also wir können jetzt die Train station nutzen Und haben von ihm Das Das HM Oder VM Wie auch immer Fliegen bekommen Ich will mal eben checken Was das so drauf hat 90 Wäre eine Sache Könnte man machen Quick attack Könnte natürlich den Ruckzuckkeep endlich mal wegnehmen Ah, ist egal Erstmal will ich das nicht lernen Darum ging es ja auch nicht Mir ging es ja Huch Ähm, mir ging es ja darum Ähm Den Train station Freizuschalten Und das haben wir jetzt geschafft War zwar echt teuer Aber wir können alle Trainer nochmal machen Und dann werden wir schon wieder Ordentlich Kohle zusammen sammeln So Dann wollen wir die doch mal auschecken Die train station Gucken ob das hier funktioniert Müsste hier lang gehen Hä? Wird das doch jetzt freigeschaltet Dann müssen wir nochmal eben kurz So train station Wahrscheinlich müssen wir hier nochmal In der Stadt auch nochmal den anlabern Ist aber ganz gut So kann ich euch zeigen Was Sache ist Wie wir es wieder zum Laufen bekommen Und so weiter und so fort Wahrscheinlich müssen wir mit ihm Jetzt nochmal labern Sehr schön Also jetzt läuft es Müsst ihr Also müsst ihr Nachdem ihr Jorki Dann im Prinzip Seine Nocturnal Feather Gegeben habt Und vorher den Bruder Für 50.000 Irgendein scheiß Paket Abgekauft habt Müsst ihr nochmal Zu dem Subway Manager Und dann könnt ihr Das wieder benutzen Also Golden Road Okay also Da können wir das auf jeden Fall Nicht benutzen Ich will jetzt einfach mal checken Das hätte auch 5000 Komischerweise schon wieder gekostet Ich hoffe nicht Dass ich jetzt hier Hier ist keiner mehr im Weg Hier können wir jetzt Was soll der Scheiß denn jetzt Jetzt habe ich die ganze Kohle ausgegeben Und jetzt darf ich damit nicht fahren Oder was Leute Das wäre ja ein richtiger Schuss in den Ofen Wenn das jetzt trotzdem nicht geht Was mache ich hier Nein Wir wollen eigentlich Da unten mal rein Was für ein Spacken Alter nur wegen uns Geht der Scheiß wieder Hat der irgendwas gesagt Wie man famous wird Famous alter Am Arsch Famous Nee Kann ich nicht Weil ich nicht famous genug bin Für dein Scheiß Subway System Alter Was für ein Spass Die Da rettet man seine Scheiß Existenz Alter Und das ist der Dank Oder was Dreckiger Hund Dreckiger Hund Und wegen Bahn Weiter zu Fuß Unterwegs hier Ja das ist äußerst ärgerlich Naja Was soll's Dann werden wir jetzt mal Wieder alle Die wollen auch noch nicht Wieder gegen mich kämpfen Scheiße Das auch noch Wenn ich hier Die können Die kann ich Wieder kämpfen Aber die hier sind echt Zu schwach Einzige was ich von denen will Ist ihr Geld Ja mit den Moneten Nee aber das bringt nix Die sind alle zu schwach Ja ärgerlich Leute Das ist natürlich jetzt schon wieder Ziemlich cool Hat uns jetzt auch nicht viel geholfen Ich weiß nicht wann wir famous sind Wahrscheinlich wenn wir die top 5 Äh top 4 erledigt haben Ja sauber Hier drin können wir auch wieder Gegen die kämpfen Die sind schön stark Oh super effektiv Gegen stahl Oder nee Ach nee Das ist ja stahl psycho Deswegen Das ist hier drin Perfektes training Wieder für unser Shiftry Und den Jared Auch noch platt Die bringen einfach Am besten erfahrung Die arenen Guck mal selbst Für unsere verhältnisse Ist das noch sehr viel Die 27.000 Das kriegen wir nicht Ansatzweise Bei den Monstern Vor Der Top 4 Was gibt das Auch 20.000 Wenn man nur noch Gegen die Arenaleiter Nochmal kämpfen könnte Hier ist die Sabrina Die heiße Sabrina Ich würde echt Übertrieben gerne Gegen die Arenaleiter Doppelt kämpfen Huch No Komm mal ja hier Wir sind einfach mal Auf schnelle Welle Schon mal zwei Level Höher gebracht Unser Shiftry Weil unser Shiftry Echt ein Problem hat Wir brauchen Noch stärkere Attacken Für das Shiftry Slowpoke Der wird auch noch mal Gut erfahrungen bringen Sollte der scheiß Seid ihr Das hat fast drei Level Gebracht hier drin Krasser Scheiß 38.000 Und jetzt Wir können es ja Wenigstens noch mal Probieren Ob man irgendwie Vielleicht noch mal An die Arenaleiterin Ran kommt You defeated me You are amazing Ja heiße Sabrina Steht zu ihren Diensten So Wir können ja noch mal Nebenan gucken Ob wir die Vielleicht auch noch mal Bekämpfen können Oh ja Wobei die glaube ich Nicht halb so stark waren Beefstorm Die können es ja noch mal Ein pokémon geben Capoeira Cool Ich sage ja Die bringen nicht Halb so viel Wie die In der arena Aber wir machen Wieder gut money Haben wir schon Einfach mal wieder Fast 4000 Gemacht Nein So Stufe 69 Ja Das ist natürlich Keine Besonders Krasse Erfahrung Die man Hier Kriegt Bei Den So Und er ist so rot Wahrscheinlich Dürfen wir Gegen den Auch wieder Nicht kämpfen Der sagt Wahrscheinlich Hier sind zu Schwach Oder was auch Immer Guck Come back In a little while Er will uns Nicht Ja Leute Das war es mit dieser Folge Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn es euch gefallen hat Dann würde ich mich freuen Wenn ihr ein Abo Kommentar oder ein Däumchen Da lassen würden Und dann sage ich jetzt mal Bleibt stabil Und bis zur nächsten Folge Abo Bööö.